Gressel, am 9. September 2012. Fahren wir mal ganz langsam durch. Es ist Sonntag. Wir haben viel Zeit. Wir schauen uns Gressel an. Hier fließt die Beutze. Jedenfalls ist hier eine Brücke. Hier ist auch ein kleiner Fluss. Wir fahren jetzt links rum. Wir gehen wieder nach Freutzenburg. Da waren wir schon. Wir waren am Flohmarkt heute. Oder wollen wir doch nach Freutzenburg oder auch nicht? Da fahren wir wieder hin. Wir müssen ja irgendwie sehen. Wir werden heute weiterkommen. Schwartow können wir vielleicht nochmal mitnehmen. Guck mal hier. Gewaltige Gebäude. Gefängnisse oder sowas. Riesenkieserbau mitten im Ort. Die Kapelle. Kirche. Allianz. Da fehlt ein Buchstabe. Die Kapelle. Das war Gräse. Regresse. Am 9. September 2012. Das war Gräse.